Ja, sorry. Muss erst mal. Ja, ich... Okay. Ja, MNNation haben wieder eine E-Mail bekommen. Ja, super. Ja, super. Sie weggepuste. Ich denke, das macht ihn offiziell zum Eigentümer von Trevor Phillips Enterprises. Fahr rüber und sieh sie an. Kann ich anrufen? Ja, alles klar. Dann, ähm, gehen wir nochmal... Ja, war ja richtig eingestellt. Okay, dann machen wir nochmal diese fremden... Äh, Freunde-Fremden-Personen-Teil. Scheiß. Hm, geilen Nogatschnitten-Teil da. Okay, E-Mail wieder. Ja, okay. Naja, das war jetzt nicht sehr vorteilhaft. Ich höre gerade so ein bisschen Radio zu, deswegen, äh, weil ich ja auch gerade nix Großes zu sagen habe. Das ist natürlich das Problem bei so vielen Fahrten und, äh, wenn man zu viel fährt und so lange Fahrten es gibt, ähm, dass man dann halt auch Momente gibt, wo man dann halt nix sagen kann. Das ist natürlich, äh, Nachteil, na, bei so einem Let's Play. Aber ich will das jetzt auch nicht skippen oder so. Ich weiß nicht, was ich will das tun. Hahaha. Jetzt, sprechen wir auf deinen Boden, hier ist ein Mann, der... Ich sehe dich. Hey, Mann, was du tun? Nothin'. Was du auf zu, Cletus? Ja, huntin'. Huntin' was, Retirees? Na, ich habe nur die Tür, die Töne, die Töne, Vermin. Ah, so das war du. Tis die Zeit für es. Naja, gehen wir ein bisschen jagen, ne? Folge Cletus. Ich habe nur ein bisschen was. Lass ein bisschen hellen, neighbor. Oh, ich bin. Ich werde dich zu einem meiner all-time favoriteen Zeitstimes. Du wirst das lieben. Okay, du siehst, die drei große Satellite-Däscheine? Ein guter Shop, und sie werden leichter, als ein Hörer's Drawers. Du bist ein wirklicher Pillar in der Gemeinde. Half die Leute in dieser Stadt verkaufen ihre eigene Mutter, und die meisten der anderen sind schon dead. Screw'em. Yeah, that's it. Give'em hell. Shoot another one. Haha, no more reality TV for you, Mrs. Gilbert. Okay. Boom. Didn't I tell you this would be more fun than a barrel full of pussies? Ooh, you're a classy date, Cletus. No denying that. I ain't in no mood for no punch-up right now. Maybe later. Das war'n Witz. So, what now? We gonna try our luck on something less stationary. Ooh, liberals? Nothing as slippery as that. You'll see. Ain't see your beauty? Drive's like a dream. Schönes Ding hier. You've got way too much time on your hands. Nah, this is just a bit of foolery. I've been busier than hell with the real hunting. The money and wild organic meat these days, you wouldn't believe. Them hipsters will give you their parents' last dime for it. It's gotten so I can't even keep up with the demand no more. All this eat-muckle, small-batch, farm-to-table bullshit. You know, I can maybe use another pair of hands if I can get you up to snuff with that rifle. You keep on criticizing my shooting, you'll be starring in a snuff with that rifle. Here we are. I have three speeds. On, off, and don't push your luck. I bet you never shut out the tires on a car before. Oh, you'd be surprised. Well, let's see what you got then. Ain't you gonna shoot anything, Cletus? Nah, I do this all the time. And I wanna see how you deal with a moving target. This is perfect right here. Pick a car and shoot a tire. Good plain old-fashioned fun. That's it, beauty. And again, Trevor. Hellfire! Dumbass. Ah, fuck. What are you doing? Did I say something? Sorry, Cletus. Ich komm zurück. Ich hab auswählen falsche Tasse gedrückt. Komm zurück. You're slower than molasses on a cold day. What the hell? Nice. Go on, one more. Just for the hell of it. Don't be shy. The tires don't feel no pain. Junge, wie is... Äh, do noch andere. Äh, do... Not the car, Trevor. What? Looks like maybe you could use some more practice. Right, let's change it up. Come on, follow me. Hast du was gesagt, Cletus, hier? Ja. Kriegst du den Kopf? Just two fellers killin' time in small-town America. Don't get much better than this, does it? The two most popular guys in town. Am I glad I ran into you? Ain't nowhere near this fun being anti-social on your own. Whatever cranks your tractor, I say. What's up next on the hillbilly anarchist agenda? Ever shot anything with a face? Actually, let me ask it again. Ever shot anything with a face on four legs? Now, Cletus, it's important you realize I'm a man plagued by vicious rumors. Fine. Let's head for the roof. I seen some coyotes hangin' around down by the road. Reckon it would be real neighborly of us to get rid of a couple. And we are nothing if not neighborly. Okay, we'll get a better shot from up here. Okay, gehen wir hoch. Wo sollen coyoten sein? Ich bin gerade ein wenig verrutscht. Jetzt bist du tot. Neuer Kontakt, Cletus. Alles klar. Zwei für einen. Habe ich leider nicht geschafft. Hilfe, Hilfe. Ne, auch nicht. Aber 67% Silber. Alles klar. Ist gut. Ja. Ich will nur das Auto wieder haben. Get you away from me here. Das Auto ist noch da. Yes. Das Auto ist cool. Okay. Okay, ich denke mal. Wie viel haben wir denn? 16.45 Uhr. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Das ist natürlich... Ja. Ja. Ähm. Ja, sorry. Okay. Ich hole gerade mein Windows Phone raus. Und, äh, tue schnell speichern. Mr. Phillips. Ja. Tue mir da speichern. Dann, ähm, verabschiede ich mich auch. Gerade einen Schluck trinken. So. Ähm, ja. Ähm. Ja. Äh, das war's mit GTA 5. Äh, erstmal mit, äh, dem... Diese Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat... Ich hoffe, es hat... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wenn ihr... Äh, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen hoch geben und einen Kommentar schreiben. Eventuell. Dann, äh, könnt ihr es vielleicht noch auf sozialen Netzwerken, et cetera, teilen. Damit, ähm, das Video quasi breitere Massen schlägt. Und das wäre natürlich extrem nice von euch. Echt nice. Und ansonsten, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr ihn auch abonnieren. Das würde mich auch sehr freuen. Und, äh, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.